Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Um den Ölpreis wird es jetzt in dieser Sendung gehen und natürlich diverse Aktien aus dem Sektor. Ich spreche darüber mit Thorsten Küffner. Schön, dass du da bist. Hier sehen wir schon den Ölpreis, also Brand der letzten drei Jahre eingeblendet. Wir sehen diese enorme Aufwärtsbewegung. Jetzt hat er zuletzt eine kleine Pause eingelegt. Kann man das so sagen? Ist es noch nicht besorgniserregend, oder? Nein, absolut nicht. Das ist sogar eigentlich im Gegenteil. Es ist gesund. Ich meine, wirklich so exponentielles Wachstum ist selten über längere Zeit gut gegangen. Und von daher ist natürlich klar, dass wir immer wieder Pausen einlegen müssen. Ja, und ganz ehrlich, wenn wir jetzt auch hier auf diesem Niveau über Monate hinweg seitwärts laufen, dann ist das für alle großen Ölkonzerne eine hervorragende Situation. Denn wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. So 2017, 2016, weil wir es noch früher, haben sich die Firmen darauf eingestellt, dass wir womöglich einen längeren Zeitraum haben, in dem die Ölpreise bei vielleicht 30, 40 oder vielleicht auch nur 50 Dollar pendeln werden. Und man hat sich darauf eingestellt, dass man auch bei diesen Niveaus eben noch profitabel sein kann. Jetzt sind wir eben fast bei 80, bei Brand. Bei WTI sind wir knapp unter 70. Aber auch das sind wirklich Niveaus, mit denen man sehr gut leben kann. Ist natürlich immer noch knapp 50 Prozent in den Allzeithöchsten, die wir schon mal gesehen haben. Aber das ist absolut in Ordnung für große Titel wie eben Shell und BP, um weiterhin satte Gewinne zu scheffeln. Und von daher, wie gesagt, Ölpreis selber, da muss man wirklich sehr starke Nerven haben. Aber sich jetzt einen großen Ölplayer ins Depot zu legen, ich glaube, da bedarf es nicht an allzu großem Mutes. Die beiden Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, Shell und BP, wurden in der letzten Woche auch von der Societe General unter die Lupe genommen. Bei Shell ist man ein bisschen skeptischer, man hat es von Buy auf Hold abgestuft. Aber BP weiterhin eine klare Kaufempfehlung von der Societe. Siehst du auch so? Ja, durchaus. Also wir haben es ja gesagt, also uns gefallen beide recht gut. Teilweise haben wir gesagt, vom Momentum ist vielleicht BP etwas stärker. Auch der Chart sieht jetzt sehr gut aus. Wir haben jetzt hier quasi auch ein Euro-neues Zwischenhoch gemacht. Auch im britischen Pfund an der Londoner Heimatbörse sieht das sehr gut aus. Wir haben jetzt wirklich sehr viel Luft nach oben rein, charttechnisch betrachtet. Man muss natürlich auch sagen, jetzt haben wir hier auch einen sehr starken Anstieg gesehen. Es würde aber kurz oder lang auch immer wieder Phasen geben, wo wir vielleicht mal länger seitwärts laufen oder wo es auch wieder deutlich nach unten gehen wird. Das muss man eben aushalten. Aber ich glaube wirklich, auf längere Sicht macht man mit BP wirklich wenig falsch. Der Konzern scheffelt Quartal für Quartal Milliarden, ist sehr gut aufgestellt. Man hat unter den großen Ölkonzernen mit den größten Reserven, kann also knapp 13, 14 Jahre lang eigentlich noch das aktuelle Niveau weiter fördern, ohne auch nur einzigen Tropfen Öl zu finden. Und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren wirklich hoch profitabel zu bleiben. Kostenstruktur passt, Dividendenrendite weiterhin hoch, über 5 Prozent. Und man hat auch angekündigt, wahrscheinlich wird es auch angehoben werden. Viele Analysten gehen davon aus, dass es spätestens im kommenden Jahr so kommen wird. Also bei BP passt wirklich momentan eigentlich alles. Hier sind es noch Mutmaßungen bezüglich der Dividende. Beim nächsten Konzern ist es schon sicher, Repsol will die Dividende kontinuierlich hochschrauben. Man hat nun bekannt gegeben, dass man bis 2020 die Dividende von zuletzt zu 76 Cent auf knapp 1 Euro hochschrauben will, beziehungsweise teilweise in Verbindung mit Aktienrückkäufen. Keine Ahnung, wie man das dann genau verrechnen will. Aber man hat auf jeden Fall interessante Pläne bekannt gegeben. Die Förderung soll um knapp 8 Prozent gesteigert werden bis 2020. Man will auch knapp 15 Milliarden in die Erkundung und Erforschung neuer Vorkommen investieren. Das ist knapp 4 Milliarden mehr als in den vorherigen Drei-Jahres-Zyklus. Also Repsol gibt wirklich Gas. Und was es bei Repsol wirklich sehr gut gefällt, ist neben diesem Chartbild, was auch gut ausschaut, denn hier haben wir auch ein neues Hoch- und das ist ein neues Kaufsignal generiert, ist vor allem die Bewertung. Ich meine, man notiert unter Buchwert. Also wenn man sich das mal vorstellt, die gesamte Firma wird an der Börse knapp mit 24,5 Milliarden Euro bewertet. Das Eigenkapital lag zuletzt aber über 27 Milliarden. Also man kriegt quasi das operative Geschäft eigentlich geschenkt. Und das ist ja wirklich Repsol, ein Konzern, der derzeit auch wieder pro Jahr Milliardengewinne einfährt. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier mit der Aussicht auf höhere Dividenden, haben wir knapp 6 Prozent Dividendenrendite, die möglich sind auf dem aktuellen Kursniveau. Also für uns eigentlich auch ein ganz klarer Kauf. Wie gesagt, Repsol etwas spekulativer als zum Beispiel Shell oder BP, aber ich glaube auch für konservative Anleger durchaus einen Blick wert. Okay, einen letzten Wert haben wir noch für heute. Mit dabei sei PEM, da wollen wir noch drauf blicken und da gab es auch positive Neuigkeiten zuletzt. Natürlich hier, wir haben jetzt in der extrem langen Chart, um einfach mal zu sehen, welche dramatische Veränderungen eben beim Sektor der Ölfelddienstleister wirklich da hergegangen sind. Die Investitionen wurden massiv zurückgefahren und jetzt haben wir es ja gesehen, Repsol hat angekündigt aufzustocken. Saipem hat jetzt nur einen neuen Auftrag bekommen im Nahen Osten über ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro. Also es wird allmählich wieder mehr investiert und davon wird Saipem und Co profitieren. In dieser Branche sind ja auch schon einige Anbieter pleite gegangen oder haben ihre Kapazitäten deutlich zurückgeschraubt. Das sind wirklich gute Forts, dass Saipem ein gehöriges Comeback gelingt. Wie gesagt, wir reden jetzt gar nicht hier über die Kurse, die wir jetzt hier 2015 hatten, aber wir glauben durchaus, dass es vielleicht so in dem Bereich 5, 6 Euro gehen kann mittelfristig und Saipem ist noch gut aufgestellt, hat eine vernünftige Bilanz. Und wie gesagt, das ist absolut kein Wittme am weißen Papier. Hier muss man wirklich Mut haben, aber wir glauben schon, dass es allmählich an der Zeit wäre, sich in diesem Sektor mal zu positionieren. Okay, dann Dankeschön für deine Einschätzung und für heute. Danke auch Ihnen, wenn Sie mögen, sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Bis dahin.